Musik 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 Halli Hallö, heute sind wir wieder zu einer weiteren Folge Hallo, hallo Hallo Was macht man heute in dieser Folge? Ich hatte Dein Ernst Hey, wie sollst du dich in die Luft setzen? Tja, Magic Ok Aber du siehst man einfach gar nichts Ah okay Wo hast du's Blumenbett hin? Boaah, weißt du was? Ah du Scheiße, du hast das Blumenbett yang gemacht So Ok du musst et Du hast die Leks nicht von vendor bottles Oder? Oder? Okay. Bitte, 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 bitte. Und, ähm, ich werde erfüllen, wenn wir so eine Mega-Sozial-Folge machen. Was? Oh, Timer! Oh, Gott. Das heisst, du kannst mir das machen. Ja, ja, liebe Nandi. Sicher mache ich das für dich und so, weisst du. Okay. Also, einfach Standard. Ja, genau. Also. Ähm, wenn wir heute ein wenig... Creepers, ja. Aber was sollen wir heute machen? Produktiv sein. Du kannst mal unter deinem Zeug fertig machen. Du kannst die Torche auf die Fenster herstellen. Oh, genau. Du kannst mal nachschauen, wie... Du musst ja noch die Felder hier oben machen. Ja, aber sag einfach... Markiere es mal vor, wo du es gehst, während ich hier Torches und so mache. Ja. Einziehe. Easy. Easy. Ja, easy. Also, ich mache mal kurz... Zack, zack. Machen wir mal neue Facken. Zack, zack, zack. Ähm, so... Hashtag Solo-Let's-Play-Sounds. Zack, zack. Mann. Zack. Mach uns immer über Solo-Let's-Player lustig. Ähm. Ja, ist... Ja, ist so, ne? Neun! Boah, sag mal... Boah, sag mal irgendeine Regeneration an. Ich hatte einen Block. Was? Dann hatte ich zwei Pferdebücher fertig. Okay. Wer hat eigentlich ein Brot gekauft? Das ist verschwendig. Ich weiss nicht. Hm. Ich weiss nicht. Ich weiss... Ich weiss really nicht. Hm. Ich weiss es really nicht. Boah, Enderman. Dein Ernst. Stirb. Danke. Haben wir noch irgendeine Fenzes? Oder muss ich mir neue graften? Neue graften. Ich würde aber die normalen Fenzes nehmen. Und was sind normale? Also ganz normale, awkward-Fenzes. Oh, das Fichterholz passt doch. Nein, du hast ja Fackle. Fackle sind... Halt deine Schnauze! Halt deine Schnauze! Ausserdem habe ich Fichterholz durch den Ding. Und wie macht mir das mit Fenzes neu? Ähm... Guinness. Also so wie... Äh... Die äh... Ähm... Wie heisst's? Ah, okay. Äh... Twentsgates. Aber halt umgekehrt. Anstatt Sticks nimmst Holz. Und anstatt Holz nimmst Sticks. Okay, okay, okay. Weiss. Also außer Holz nimmst du die Sticks. So. Ah, ich schmecke unglaublich. Du machst halt von 4 Kubikmeter Holz ein paar Zünen. So. Obwohl ich vielleicht einfach... ...eine Premium-Züne habe. Ah, genau so. Ein... Ein... Ein Zahnstocher kannst du aus einem Holzstamm machen. Das ist so... Du kennst doch... Äh, du kennst doch den Mr. Burns von The Simpsons. Ja. Lass uns einfach... Ja, und dann seh ich einfach so. Ich hab Simpsons nie aktiv gelögt. Ja, du... Das einzige Simpsons, den ich ganz gesehen habe, ist Simpsons der Film. In der Schule. Ah, ja. Und die immer richtig scheisse Gründe. Im Chemieunterricht. Im Chemieunterricht. Ja. Super. Ähm... Und dann... Dann... Ähm... Es ist einfach so... Bei den... Bei den Bowlingbooten... Es ist einfach so... Irgendwie... Ähm... Hallo. Komm mal schauen, mein Stall ist fertig. Also... Ja, ich brauche noch mehr Weizenblöcke, aber... Lass uns... Hey, lass uns... Lass uns... Lass uns... Mach du mal bei diesem Thumbnail so die Simpsons rein. Ja, du hast übrigens noch eine Storywahl erzählen. So für Thumbnail. Aha, aha... Das ist ja... Also in der nächsten Folge sind schon die Simpsons drauf. Das ist doch... Aber... Ich war eigentlich... Mir geht das Gefühl, dass wir einfach bei jedem Erfolg etwas schnuren und dann... Ähm... Also das seht man gerade schon im... Instant-Mass. Jo... Wenn ich mir ein Thema kriege... Ich weiss jetzt eins. Also es handelt sich um mega fule, unsportliche Leute. Ahm... Nein, Spass. Aha... Also ich bin so im Bus... Denk nichts Böses. Auf jeden Fall ist es dann... Ähm... Ich bin so... Das hat doch neben der Türe immer so einen harter Raum. Was? Was? Also... Es besteht ja die mittlere Türe. Mhm. Und dann hat es ja... Äh... So eine... So eine... So eine... So eine... So eine... So eine Post... Eine Post-Tage, oder? Ja... Generell in jedem Bus in Basel. Also ich bin in Basel gewesen. Aber das ist jeder Bus ist aufgebaut. Okay. Das sind alles die gleichen Busse. Einmal sind sie gehören. Und einmal kriegen. Und einmal vier lädt. Und einmal kling. Und dann... So eine... So zwei... Andere... Irgendwie... So zwei Jugendliche... Und dann... Die... Die eine... Und dann hat es noch... Auf der anderen Seite vom Herzen hat es so eine Viecher. Da sitzen vier Mädchen. Und dann... Die eine sagt so... Ja, sie muss noch ein Fäller bei der Schule holen. Und ja, das hat halt die Haltestelle, die bei der Schule durchfährt. Dort müsste man dann aussteigen. Und dann, die anderen haben auch offensichtlich das zu der Schule, das wusste ich aber noch nicht. Und dann, ähm, die vier Mädels, die dort sind, kommt halt die Haltestelle. Und die vier Mädels sind am Schnurren, die checken es nicht. Und die andere, äh, du musst den Button pushen, oder? Die andere pushen die Button irgendwie zehn Meter vor der Halsstelle. Und der Bus fährt natürlich einfach durch. LOL! Und dann beide haben es einfach nicht gepeilt. Also doch, die eine hat sich halt nicht aufgekriegt und die andere hat es einfach erst dann am Anfang vor der nächsten Halsstelle gepeilt. So dumm. Und dann, dann, das Beste, also die andere wollte es später holen. Und die anderen haben halt offensichtlich noch unbedingt zur Schule müssen. Mhm. Und, äh, haben dann gesagt, also die Halsstelle sind vielleicht 300 Meter auseinander. Und dann, anstatt zu laufen, warten die nur noch mal irgendwie zehn Minuten auf dem Bus, wo eine andere Richtung fährt. Da hatte ich fast eine Aggressionsstörung gekriegt. Oh, scheiße. Ah, hoole Säcke. Lappe. Andi, wo? Weisst du, dass ihr macht eine Social-Folge? Entschuldigung, Andi. Seid nicht, wo ich das da hinsetze. Jo, Alter, bei dem Texture-Pack, ich habe es schon mal gesagt, es ist mega... Ja, muss ich mich jetzt mal entharnten. Nein. Ah, ah, ah. Nein, aber... Ich kann... Aber bei dem Texture-Pack-Ding habe ich... ...hine... ...hine... ...die... ...ehm... ...das Bild für Feuer gar nicht gefunden. Dass es dann... ...muss verbrennt. Wo ist das denn? Ich weiss es nicht genau, aber es ist... Ich kann es wollen... Ah, so. Okay. Okay. Oh! Andi, mach auf, mach auf! Oh! 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 Geil! Also... Da kann man schon... ...komm, die nicht fehlen. Da fehlt noch einer. Eben. Und das muss alles ausgelegt werden mit Heu. Okay. Das ist... Das ist schön aus. Und vielleicht kannst du ja noch... ...an der Ecke noch... ...so einer Heu... ...so einer Stroh... Ja, da wollte ich noch... ...so einer einzelnen Balle... ...oder zwei... ...aber wir haben einfach zu wenig. Das ist wie immer... ...dann läuft an der Seite. Das ist so geil. Ich könnte ihn oben wegreissen. Das sieht geil aus, Aua. Ja. Ich reisse mal da oben weg. Da habe ich noch... Good job, Andi. Very good job. Und ich habe... ...eine Nachricht bekommen... ...dass... ...ich in Wine... ...über 50... ...über 50... ...ein Follow-Rohan. Was läuft? Wo hast du? In Wine. In Wine. V-I-N-E. Ja. Okay. Wo soll ich da... ...meis... 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 ...was Zeug? Felder. 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 Hast du jetzt Torches gemacht? Scheiße. Also wo überall? Am Weg zu der Farm. Den ganzen Grevelweg eigentlich. Grevel. Gre... 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 So, dein Pferd kann man jetzt auch reinstellen. Oh, okay. Oh, okay. Nee. Was? Habe ich nur einen gehabt? Lol. Ist der dumm? Ich weiß zum Fall, wenn man so... Andi, schau mal. Ich habe eine Idee. Kommen wir mal hierher. Kommen wir mal zum Lagerhaus. Lagerhaus? Ja. Okay. Ich habe eine mega Idee, wo man... ...zulaufen Brücken. Ohhhhhhhh. Lass die Penne. Jo, nein. Gehen wir jetzt erst ins Lagerhaus. Mir ist das egal. Mir ist das nicht so schlimm. Ha, ich mache einfach immer... ...überall One-Hit. Haha, mit einem Bomb. Hast du viel? Ich? Nein, du. Okay. Ich jetzt? Jo! Äh, ja. Kannst du mir geben? Fünf Pfeil habe ich für dich. Weiss ich, das ist schon beliebt von dir. Jetzt habe ich wieder acht. Jo, ich kann... Ähm, ich kann nicht mehr. Ja, was? Also, schau mal. Wenn man mal die Fackel auf Boden empfangen und schön ausliegt. Wow, wow, wie das geflogen ist. Also. Weißt du? Okay, schau mal. Es sieht mega geil aus. Du musst... ...dass ich so eine geile Fackelhalte. Aber ich weiß nicht, ob es das... Boah. Jo, ich kenne keinen Fackelhalter. Mit einem Armbrust drin oder mit einem Slab. Ja, genau. Du musst jetzt... Nein, du darfst doch nicht auf einen Itemframe klicken. Aha. Scheiße. Ich kenne den Fackel halt. Aber er geht auch gut mit dem... ...Stone Slab. Wow. Failed. Das sieht mega geil aus. Ah ja, doch. Geil? Ja. Stone Slab. Geht's auch. Das ist spieliger. Warte, ich mach. Zack. 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 Nein. Ey, Cobblestone Slab. Nein. Aha, ja. Das hast du gesagt. So ist auch nicht gedacht. Du bist jetzt steil. FWACK! Also. Ich schluss jetzt. Dürfen wir. Mach das Ding wieder rein. Hey. I need a glowstone. Ich weiss. Was du... Boah! So. Schau mal, schau mal. Es ist halt geil drückt. Aha. Boah, shit. Das ist geil. Okay. Ich schluss mit mir drauf. Aber du musst jetzt extra machen. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Also... Ja, ich bin beschäftigt. Ich sage es nicht. Ha! Okay. Oh! Gib mir so einen... Weisst du jetzt auch? Nein! Boah, ja. Dann mach mich einen. Los. Nein. Okay. Komm, geh mal gehen. Nein. Okay, dann nicht. Ich muss jetzt ein Hau machen. Hau, Hau, Hau. Oh, oh, oh. Boah! Ich habe... Boah! Der Zombie Party! Boah! Ich mache den Cobblestone Hau. Die machen einfach das Feld hin. Spass dich. Ich weiss. Ja, aber Hau... Aber Hau... Aber Hau... Hau macht man nur als Cobblestone. Das bringt es nicht. Ja. Dann machen wir die Hau. Oh... Ich will jetzt doch keinen YouTuber erwähnen, aber... Das ist aber das Beste, wenn du Spitzhockeywisch machen und aus dem ausser Versehen Hau machst. Das ist richtig schwul. Was geht? Das macht jetzt auch nicht jeder. Nein, aber... Andi, sag jetzt wo. Kommst du da runter? Ja, da kommen wir gerade. Das ist ... Ich habe mir das Feld wieder nachgefüllt. Zack, 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 zack... Zack, 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 zack. Warte, 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 warte. Jo, was will ich da? Boah, du hast richtig Glück gehabt. Jo, komm mit, habe ich gesagt. Ich dachte, du bist da der. Hey, du hast richtig Glück gehabt. Ich kann einen Katz schlagen, wenn du teleportiert hast. Äh, äh. Wieso, ich würde das passieren? Ich habe einfach den Bock vom falschen Slot. Ich kann nicht schnell auswählen. Du, du. Oder der komische S-Pack geht immer noch nicht. Also, wo soll ich das jetzt machen? In der nächsten Folge, dann? Ähm. Bis in der nächsten Folge. Jo, da noch immer hinten. Jo. Du hast gesagt, ich puste dich. Ich will aber nicht puste werden. Ähm. Puste. Boah. Boah. Ja. Also, eventuell, weisst du nicht. Sollen wir vielleicht hier noch ein Stück so eine Ecke abtragen? Wo? So. Irgendwie. Schau, wie ich laufe. Irgendwie so. Damit, oder? Also, auf jeden Fall hier noch ein bisschen. Und dann hier noch hinten dran. Ja, also, dann wissen wir, was wir machen müssen. Also, würde ich sagen, immer so eine... Also, würde ich sagen. Ich würde die Folge etwas länger machen, wenn ich das bis 200 durch habe. Nein. Wir wissen ja, was... ...was wir machen werden, oder? Ja. Aber das wissen wir... Aber das wissen wir... Und wir jetzt. Was? Kannst ja mich verabschieden, während du die Zeugwerk machst. Okay. Während wir hier die Zeugwerk machen... ...wenn wir die Folge... Ähm, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, dann wäre... ... die Bewertungen vergessen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, drücke trotzdem auf, gefällt mir, weil ihr geil seid. Ich würde sagen, abonnieren und gut überstudieren. Bis zur nächsten Folge. Bye. Weil ihr geil seid. Dann. Dann. Vielen Dank.